Fährst du richtig oder gegen den Verkehr? Ich fahre im Gegenverkehr. Also, ich mach in dem Fall auch. Ein bisschen Asi sein. Was? Nichts, ist schon gut. Entschuldigung, ich muss da mal durch, Mann. Oh, stimmt. Ich muss auch anders herumfahren. Ich finde, das ist voll krank. So ein Violett habe ich so zurück. Sonst lasse ich das so richtig rausgehen. Ah, jetzt habe ich mein Seinfahrt vom Dritten. Shit, ich habe auch nicht getroffen. Oh, da kann die Tabelle kommen. Scheiße. Ich empfange jetzt. Der hat ein MG da oben drauf. Oh, der Töfffahrer. Oh, der Töfffahrer. Einfach noch drüber. Oh, der Töff ist kaputt. Ich habe eine Suhr von mir geschossen. Ja, wow! Schön, gell? Voll im Baum. So geil, ey. Als Abkommen, Mann. Wer zeigt dir den Stinkfinger? Der Töfffahrer. Oh, ich habe gerade zwei getötet. Ja, die sind mir gerade entgegengefunden. Also, drümmertal ich einmal davon. Oh mein Gott. Ich habe auch gerade beide wieder verwischt. Oder... Nein, sogar drei verwischt. What the fuck. Heftig. Die sind gerade gespawnt. Ich habe sie abgeschossen und habe beide verwischt. Heey! Wo? Es ist gerade gefünkelt hier unter meinem Auto. Hier schaue ich. Ich habe zwei Fraktiere auf der Strasse. Jetzt hat mir jemand in den Arsch geschossen. Ich habe eine Rakete in den Arsch bekommen. Easy. Ich gehe hier über eine Welle. Oh, der Töfffahrer. Oh, jeiss. Wieder einer verwischt. Ah. Ah. Eine LKW habe ich ja vernichtet. Oh! Ich habe den Töff kaputt gemacht von ihm. Ah, das ist Schmierhaus. Hast du gedacht, das kann ich rammen? Shit, ich habe nicht verwischt. Irgendwie habe ich jetzt RP bekommen, aber ich weiss nicht für was. Den Schmier wegnehmen. Du hast auch noch einen weg mit dem. Wer ist eigentlich genau der Erste? Der Bugs Bunny. Welcher ist der Bugs Bunny? Das ist gerade ein Töfffahrer. Also ich kann mir jetzt immer gut vorstellen, dass es ein Töfffahrer ist. Wow, jetzt bin ich... Jetzt ist mal gestorben. Nein! Ah, das war nicht so schnell. Jetzt haben wir keine Raketen, Mann. Wow! Ah, das ist der Bugs. Ah, ich habe die Erfolge geschlossen. Ah, der ist der Erste. Ah, der ist der Erste. Ah, der Töfffahrer ist der Erste. Jetzt ist der... 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 Der Heiß, wer ist da? Ah, schauen wir uns dann gegenkommt. Oh, ich habe etwas verwischt. Ah, den Bugs Bunny habe ich verwischt. Aber... Er ist nicht gestorben, aber ich habe noch umgefahren. Ja. Der Erste Platz ist der andere, der so einen Panzer hat. Ah, ja. Er ist gerade an mir vorbei. Oh, shit. Ein bisschen querkommt hier. Oh, dort bleibt ein LKW aus der Röndstrecke. Ah, jetzt bin ich auch... ...das erste Mal gestorben. Hier liegt einer am Boden. Also, ein Online-Spiel oder was? Ja. Hast du ihn überfahren? Ja. Aber er ist nicht gestorben. Aber es ist echt zu dir. Da ist einer umballern. Wer? Ah, der ist tot. Er wollte überfahren. Er wollte abballern. Ich bin immer mit dem... Weisst du, gleich hinterher gefahren. Ich bin nicht drin. Da kommt er! Hä? Hä? Alter, der hat sich durchgepartet bei mir. Schau, da ist für den anderen Mund. Ah, das fällt er noch mal. Ich bin da noch ein. Ist das für einer? Oh, der fahrer! Oh! Hauptsache steht, er hat den Selbstmord begangen, weisst du? Ah Mann, jetzt bin ich da. Es kann sich respawnen. Irgendwie denkt es mich da, der, der hier ist, leckt ein bisschen. Irgendwie. Leckt? Ja, ein bisschen. Weil jetzt ist er schon zweimal ist. Er ist einfach an mir vorbeigefortet. Er hat noch einen easy Vorsprung. Alter, was macht mich bei mir dort? Ui, ich habe ihn verwirrt. Ich blockiere ihn. Nein! Zuerst? Ja. Ein bisschen aufhalten, aber nicht viel. Ups, da war schon ein Onlinespieler. Ich hau noch mal ein bisschen auf. Uuuuh, es hat einen überschlagen. Liegt auf dem Dach. Zuerst? Ja. Wo, wo? Was ist jetzt auch schon wieder gewesen? Da läuft einfach auch einer normal rum. Oh ja, ein Booster. Ari ist halt in einer langen Nutzung der Erste. Ja, der... Wow, er ist übers Land, er wusste es. Er ist etwa eine halbe Minute schon vorne. Wo ist er? Der andere? Ist er fertig? Da kommt er. Ah, ich habe ihn! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Nein! Aber immerhin ein wenig aufhalten können. Da ist er schon wieder ein riesen... Chaos, ey. Oh, hei. Da ist es so viel Schmierautos, Mann. Ah, da kommt er wieder! Hä? Hä? Er findet das überhaupt plötzlich. Und verdammt ein Cheater, Mann. Der spielt sicher mit einer Bambusleitung. Oh, der Motorradfahrer! Oh, shit! Ah ja, ich habe noch einen Millimeter Leben. Sicher nur für Vorsprung. Die anderen fahren einfach alle scheisse. Woah! Woah! Cheat! Ich habe ihn wieder. Ich habe ihn wieder. Ich habe einen Schmierlepp aus, Mann. Oh, er schiesst auf mich. Boah, ich habe einen richtig lang... Was machst du denn da drin? Haha! Ich habe ihn richtig lang können aufhalten jetzt. Was machst du denn da drin? Haha! Ja, eigentlich auch was er übersteht. Peter, ey. Hey! Aus dem Weg! Woah! Okay, flieg da mal. Alter, der war auch wieder durch. Woah! 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 Der ist weg! Wer war es? Der ist platziert. Der spawnt jetzt hier hinten. Wo? Ich bin noch mit der Half-Bombe am Fight. Woah! Der ist gerade... Oh, du bist im Ranzen. Woah! Wer macht den Schmierlepp? Woah! Du hast den Schmierlepp vor mir weggekommen. Haha! Ich habe es gesehen. Ich bin nicht durchgekommen. Hä? Du wieder? Ach shit, ey. Da kommst du schon anfangs her. Nicht mehr richtig durch. Also rein theoretisch sollte der jetzt etwa gleich mal am Ziel sein. Wow! Woah! Alter! Das Schmierauto! Ey, der portet einfach mal. Das ist ein Scheiss. Der hat eine Bambusleitung. Oh no! Oh! Okay! Okay! Hahaha! Ich habe ihn. Ah shit, er hat mich umgebracht. Ah, so ein Sieg. Ah, scheisse, er ist fertig. Woah! Woah! Da kommt er einfach. Oh shit, du hast gerade nicht erfahren. Ist mir einfach Ding. Frontstuhlstange entgegen das Frieden-Kopf. Von einem alten. Ne, halt ich es gleich auf. Er muss gar nicht mein Auto näher aus sein, Mann. Boah! Das ist zu viele Leute, Mann. Schmeiss mir gerade noch eine Granate hinten nach. Noch eine. Hey, der muss noch deine Karte, he? Ja, ändern wir ihn da fort, oder? Ja, wenn er jetzt nicht ins Ziel ging, ist er da jetzt gewesen oder nicht? Ah nein, dann kommt er. Ich bin weg hier. Jetzt bin ich ja weg, du bist schon das zweites Auto von mir einfach rum. Wieso ist der dort? Okay. Woah! Oh, ich habe gerade zwei Taf-Fahrer abgeräumt. Ja, einen habe ich verschossen. Und über den anderen bin ich trainiert gefahren. Weiss doch gut, Mann. Wie lange brauche ich die noch? Ja, lange. Im März. Wir auch, ja. Cool. Einfach weg. Das war der echte Kurve jetzt. Hure viel Polizei, Mann. Es hat auch irgendwie allgemein sehr viele Schrott-Autos überall. Hey, der LKW-Fahrer, Mann, den habe ich so oft jetzt schon umgebracht. Woah, da fliegt einfach so der LKW. So komisch um. Oh, einer ist fertig. Jetzt noch das dritte. Oh! LKW-Fahrer habe ich auch wirklich. Ah nein. Wow! Sieh, hast du jetzt auf mich geschossen? Ja. LKW-Fahrer. Ah, so ist der rote Park. Hallo! Hallo! Hey, ich bin schon in der Runde 4. Da kann ich nicht sein. Ich habe schon fast die Hälfte hinter mir im Gegenverkehr. Oh, er ist fertig geführt. Und jetzt kommt der Timer. Ja, aber ich glaube, am meisten hat es schon den Runden, den sie hier am meisten kassiert haben. Der ist ein Armer. Der ist ein Armer. Oh, Cyber. So, jetzt ist das so, co. Perdulo. So, jetzt kommt das ноer. Oh, ich bin noch nicht mehr. Oh, ich bin jetzt ja mal.